Sätze wie Haben wir alle sicherlich gehört und bekommen wir ziemlich oft gesagt. Bei solchen Sätzen ist es auch vollkommen egal, wie beschissen deine Situation ist, wie schwer sie ist oder wie miserabel du dich fühlst. Stay positive. Und hier ist es nicht nur ein gut gemeinter Ratschlag, sondern du musst es tun, um dich aus deiner Misere rausholen zu können. Es ist eher etwas, was von unserer Gesellschaft aufgezwungen wird. Und damit sind wir auch schon beim Thema Toxic Positivity. Ich möchte nicht missverstanden werden. Ja, positiv zu sein kann gut für die eigene Lebenseinstellung sein oder für das eigene Wohlbefinden. Aber ist mal jemandem aufgefallen, dass dieses krampfhafte, aufgezwungene Positivsein auch einen schlecht fühlen lassen kann? Jeder von uns hat doch bestimmt mal eine schwierige Situation im Leben gehabt, Es ist wirklich egal was, haltet euch das einfach nur kurz vor Augen. Ich sage jetzt einfach mal Liebeskummer. Jeder von uns nimmt Emotionen anders wahr und verarbeitet sie anders. Manchmal sind sie für einen zu bewältigen, manchmal aber auch nicht und man vertraut sich jemandem an. Dann gehst du zu deiner Person des Vertrauens, erzählst ihr die Dinge, die dich belasten. Und dann versuch dich, diese Person zu trösten mit Sätzen wie Good vibes only, stay positive. Alles passiert aus einem ganz bestimmten Grund. Und die Wahrheit ist aber, dass du die Gefühle deines Gegenübers ablehnst. Den Schmerz und die Traurigkeit, die dein Gegenüber empfindet, lehnst du komplett ab. Dieses toxische, auch krampfversuchend positiv zu sein, zeigt einem, dass jede Art von Emotionen, die jetzt nicht speziell mit Optimismus und positive vibes assoziiert werden, abgelehnt werden. Nicht nur abgelehnt werden, sie werden verleugnet, sie sind unerwünscht. Und noch dazu sprichst du deinem Gefühl, deinem Gegenüber seine Gefühle ab oder spielst sie herunter. Und wisst ihr, was dann passiert? Mir als Nachrichtenüberbringer, also wenn ich das dem Empfänger erzähle, ja, dass mich irgendwas bedrückt, dass ich traurig bin, mich schlecht fühle, der suggeriert mir dann letzten Endes, dass ich schlecht bin, weil ich eben so fühle, wie ich fühle. Weil ich in diesem Moment eben nicht positiv fühlen kann, sondern weil ich mich von meinen negativen Gefühlen beherrschen lasse. Anstatt mich auf das Positive zu fokussieren. Hier kommen wir auch zu meinen persönlichen Erfahrungen. Ich bin ein kompletter Realist. Ich bin nicht total pessimistisch, weder optimistisch. Ich bin einfach genau die Mitte von beiden. Und mir ist aufgefallen, seitdem ich gesellschaftliche, kritische Videos behandle, werde ich umso mehr damit konfrontiert, dass ich mal positiv sein muss und nicht immer mich mit negativen Dingen im Leben beschäftigen muss. Oder ich bin zu negativ. Ich würde andere runterziehen. Erstens, ich glaube, ich muss nicht erwähnen, dass ich nicht eben 24-7 nur am Videos drehen bin. Man kann eigentlich auch sehen, dass ich einige Videos wie Trash-Formate auf meinem Kanal habe. Ich versuche das Ganze schon abwechslungsreich zu machen. Aber meistens versuche ich meine Videos so zu gestalten, dass sie den Zuschauer eventuell auch zum Denken nachregen können. Ich wusste nicht, dass sie direkt mit negativen Vibes assoziiert werden. Zweitens, mich zieht ehrlich gesagt diese Fake-Positivity oder Toxic-Positivity total runter. Weil es einfach zeigt, dass man auch naiv ist. Und damit kommen wir auch zum dritten Punkt, Leute. Wir sind keine Kinder. Wir sind keine Kinder. Wir machen keine Einhorn-Fürze oder laufen mit einer rosa-roten Brille rum. Es ist total menschlich zu fühlen. Und dabei meine ich nicht nur Good Vibes only, sondern auch Negative Vibes. Denn es ist einfach unnatürlich. Es liegt nicht in unserer Natur, nur positiv gestimmt zu sein. Ich meine, warum hat man uns so erschaffen, dass wir auch negativ empfinden können? Und meiner Meinung nach ist es so, dass Leute, die in dieser Blase leben, wo sie wirklich nur positive Dinge an sich ranlassen, die lehnen auch das reale Leben ab. Und das reale Leben beinhaltet nun mal auch negative Gefühle. Menschen, die einem dann den Ratschlag geben, wenn du jetzt in irgendeiner Misere steckst, die dir dann sagen, dass du positiv bleiben musst oder irgendwelche anderen beschissenen Sprüche, die mich einfach extrem aufregen, die sprechen dir, wie schon gesagt, deine Gefühle ab und zeigen dir auch, dass deine Gefühle, also die du fühlst, falsch sind. Vielleicht hilft ja dem einen oder anderen meine Erfahrung. Es ist so, dass ich eine ganz lange Zeit mich versucht habe, fest daran zu klammern, nur positiv zu sein, positiv zu denken und komplett alles Negative abzulehnen, weil das halt auch immer so angepriesen wird. Man hört es praktisch an jeder verdammten Ecke. Und ich habe bemerkt, dass mich das ehrlich gesagt schlecht fühlen lässt. Denn während ich versucht habe, krampfhaft meine negativen Gedanken abzulehnen und positiv fühlen zu müssen, war es für mich Fake Positivity. Und weil sich eben in diesem Moment dieses positive Fühlen nicht richtig angefühlt habe, sondern weil ich mich auch in dem Moment wirklich traurig fühlen wollte, habe ich einfach verstanden, dass es in Ordnung ist, auch negative Gefühle zuzulassen. Es ist falsch, sich aufzwingen zu müssen, positiv zu sein oder denken zu müssen. Das letzten Endes, dieser Druck hat einfach letzten Endes bei mir dazu geführt, dass ich mich total schlecht gefühlt habe, mir noch zusätzlich Vorwürfe gemacht habe. Und das soll doch eigentlich nicht das sein, was man mit positiven Dingen verbindet. Toxic Positivity vermittelt einem, dass man selbst daran schuld ist, weil man wählt, weil man es sich ja selbst aussucht, negativ zu fühlen, anstatt einfach positiv zu fühlen und glücklich zu sein. Es ist praktisch genauso wie, wenn du dich verliebst. Du suchst es dir nicht direkt aus, sondern es passiert einfach im Unterbewusstsein. Und seit Beginn der Pandemie ist mir das umso mehr aufgefallen, boah, wir kommen gleich drauf, von wem am meisten. Es ist einfach so, dass Menschen ihre Häuser verlieren, obdachlos werden, arbeitslos werden. Da ist wirklich eine Menge passiert. Oder auch ihre Liebsten verlieren. Und jemanden in solchen schweren Zeiten zu Positive Vibes Only zu raten, finde ich frech. Es zeigt einem, dass du den anderen für seine negative Gedanken verurteilst, weil er eben nicht so optimistisch sein kann. Und an der Stelle will ich auch nochmal anmerken, dass es eine andere Sache ist, wenn du es für dich selbst sagst, mach es, aber rate es nicht jemanden anderen. Von wem ich diese Sprüche wirklich am meisten gehört habe und warum es mir so extrem zum Halse raushängt, ist, sind von Influencer. Influencer aller Art, die sich nur mit positiven Dingen beschäftigen wollen. Ich habe ein TikTok zu einer Influencerin gesehen, die zweifach, dreifach Mami ist. Das hat mich letzten Endes dazu veranlasst, dieses Video zu drehen, weil ich einfach gemerkt habe, dass sich das in eine krankhafte Richtung entwickelt. In dem TikTok hatte man sich wahrscheinlich auf einer ihrer vorherigen Videos bezogen, dass sie sich einfach nur mit Positive Vibes umgeben will und nichts mit negativen Gefühlen zu tun hat. Also löscht sie Kommentare oder blockt die Person alles, was mit negativen Vibes zu tun hat. Und dabei ist mir aufgefallen, speziell auf einer ihrer vorherigen Videos, dass die Kritik, die sie bekommt, auf jeden Fall gerechtfertigt ist, weil da ging es, meine ich, auch um ein Video, in dem das Video nannte sich Vorteile, eine albanische Frau zu haben oder so ähnlich. Dann hat sie so Dinge aufgezählt, putzen den ganzen Tag und so weiter und so fort, wie auch immer. Wir haben das übrigens Follower geschickt, danke an der Stelle, ihr haltet mich immer auf den Laufenden, ansonsten, ich lebe auf dem Mond. Wir werden jetzt nicht speziell auf den Inhalt des Videos eingehen, sondern eher darauf, wie ihre Reaktion darauf war. Meiner Meinung nach hat sie berechtigte Kritik bekommen und es geht nicht nur so um sie speziell, sondern auch andere Influencer, die halt berechtigte Kritik bekommen, die sich aber damit absolut nicht auseinandersetzen wollen, Kommentare löschen oder blocken, die Person blocken oder was auch immer. Man ignoriert dann einfach das Problem oder leugnet es sogar. Wisst ihr, was passiert? Man lässt sich eine Möglichkeit entgehen, um an der Situation zu wachsen. Negative Sachen, weil Kritik wird ja meist mit Negativität assoziiert. Du lässt es dir entgehen, daran zu wachsen. Negativität ist für mich nicht immer gleich Negativität, sondern man kann daraus auch was Positives schöpfen. Und auch andere Gefühle als nur Positive Vibes können zu tieferen Einsichten führen. Wie könnte man das Ganze meiner Meinung nach ändern, indem man negative Emotionen auch zulässt? Ich rede nicht von krankhaften, negativen Emotionen, genauso wie jetzt, wenn man zu sehr positiv ist. Gibt es auch ein zu sehr negativ? Ich denke, es sollte einfach von beidem etwas sein. Und vor allem, bleib realistisch. Erwarte nicht zu viel von dir und setze dich nicht selbst unter Druck. So wie ich es zum Beispiel gemacht habe, du musst positiv fühlen, okay? Ich sage euch ehrlich, ich mache mir schon ein bisschen lustig über diese Positive Vibes Only. Ich habe in meiner Instagram-Video übrigens, Negative Vibes Only. Ich kann einfach nichts mit Leuten anfangen, die nicht realitätsbezogen leben. Punkt. Ich finde, man sollte sich einfach mit beiden Dingen im Leben befassen und nicht immer alles strikt ablehnen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr irgendwas ergänzen wollt, dann bitte in die Kommentare, wie denkt ihr zu diesem Thema. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch ganz bald wieder zu meinem nächsten Video. Ciao! Ciao!